ach du kacke he's drunk was nein was 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 he's drunk was 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 boah die ist ja echt hell die taschenlampe muss ich ja mal ganz ehrlich sagen was wollte ich gar nicht ich habe nicht auf der 2 gedrückt ich hasse das immer wenn es mehrere wege gibt ich will nichts verpassen verdammt da ist auf jeden fall ein checkpoint wenn ich das richtig sehe stecke mein finger in das loch oder die frau fekal schlacht im darmschacht was 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 das denn warum konnte ich das wasser wo geht das hin fekal schlacht im darmschacht so wo läuft das wasser jetzt hin oder was 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 bringen das hat das jetzt irgendwie ein sinn hier anscheinend nicht ich dachte das füllt sich jetzt hier so dann gehen wir mal gehen wir mal mal rein ja willkommen zur let's play live schon alle neuen zuschauer jeden freitag im samstag 20 uhr genau nix mehr mit fingerringen jetzt fisting boah ist das hell alter was hinter ist am monster was kann ich das kann ich das zu machen nein anscheinend nicht ähm sieht ja einladend aus was 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 hier we go W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w- Hallo? Aha! Eine ausfahrbare Leiter! Erstmal Patent anmelden. So. Sind wir schon wieder unter Wasser? Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne. Na klar, so groß ist das Meer jetzt auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Das Meer ist überhaupt nicht groß. Nur 20.000 Kilometer weit. Vollidiot, Alter. Ich geb dir gleich so großes Meer nicht. Verdammt. Hallo, Framerate. Schön, dass du auch da bist. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Mein Gott, seid ja wahnsinnig 30 Zuschauer. Vielen lieben Dank. Hello and welcome to the Let's Play Live Show. Und willkommen every Friday and Saturday. Was, wenn man nur auf den Sound hört, meint man, die ganze Station bewegt sich. Ja, so ist es auch. Also so vom Soundgefühl her auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig laufe. Ich habe keine Ahnung. Das Wandern ist des Flexis Lust. Das Wandern ist des Flexis Lust. Im Frühtau zu Berge. Wir ziehen Faldra. Ich kann nicht mehr laufen. Denn gestern waren wir saufen. Fiederallala, Fiederallala. Noch mache ich lustige Sprüche. Ich meine, hä? Mein Gott. Puh. 350 Meter noch. Ja, das ist doch super. Das ist doch schon mal eine Ansage. 20.000 unter dem Meer mit Flexi. Ja. Unter dem Meer. Lalalala. Unter dem Meer. Lalalala. Ähm. Muss ich hier lang? Das schwimmt irgendwas. Das schwimmt irgendwas. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, schließt mal den Controller an. An die Playstation. Falls ihr über die Playstation guckt oder an irgendeinem X-Beliebem Gerät. Und hört euch das mal an, wie geil das ist. Da ist schon wieder ein roter Roboter. Verdammt scheiße. Mein Durst hört nicht auf. Lass dir es dir socken, was? Flexi mag singen, ja. Das brennt in meinen Augen. Scheiße, wie komme ich denn an dem vorbei? Kann ich hier irgendwie den umgehen? Ist das eine Leiter? Nein, keine Leiter. Schade. Ich kann den auch so nicht umgehen. Verdammt. Aber der hat sich umgedreht, ne? Schnell vorbei. Schnell vorbei. Schnell, 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 schnell. Oh. Ciao. Ciao, 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 ciao. Auf dich hab ich gewartet. Vom Weg auf dich hab ich gewartet. Das wüsste ich aber. Wo ist der? Ach, da ist der. Mann, der soll abhauen. Ich muss da lang. Kann ich hier nicht drüber klettern irgendwie? Ist das nur für Playstation 4? Ne, es gibt's für Playstation 4 und für den PC. Aber für andere Konsolen glaube ich nicht. Also ist es nicht rausgekommen. So. Hallo. Hallo. Ich muss noch mehr finden. Da bist du. Ja, hopp, 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 hopp. Alter, der hat mich gesehen. Scheiße, der hat mich gesehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ciao. Genau. beim Supertalenten machen. Ja, wisst ihr was? Genau, ich setze mich mit meiner Playstation mit den zwei Monitoren hier, mit dem Rechner, setze ich mich auf der Bühne am Schreibtisch und sage dann, ich bin Streamer. Ich streame heute. So, und hier sind alle live dabei, wie ich auf der Bühne sitze. So, was haben wir hier? Lambda, da wollten wir aber gar nicht hin, ne? Wir wollten eigentlich zur... Gehen wir mal rein, mal gucken. Ähm... Das Spiel kostet circa 24 Euro, glaube ich. 25, 24, 25 Euro um den Dreh. Du bist Bombe oder tanz einfach? Nein, Bombe bin ich nicht. Nein. Ich bin das nicht. Habe ich euch schon mal gesagt? Ich bin nicht... Viele haben auch schon... Ich glaube, bei welchem Stream war das noch mal gewesen? Ich glaube, bei Dissolat hat schon mal jemand von euch geschrieben gehabt, du bist der Beste, ich bin nicht der Beste. Ich mag's halt nur gerne, Leute zu unterhalten. Das kann ich sehr gut. Oh, ein Anzug. Aber den kann ich leider nicht anziehen. Schade. Boah, wie cool das gemacht ist. Das ist ja der Hammer. Hallo, Kiste. Ciao, Kiste. So. Flexi, du kannst singen. Ich will sehen, wie du vom Stuhl fällst. Warte. Kleinen Moment. Ich kann mir meinen Stuhl nämlich liegen. Ich kaufe mir das Game. Jetzt auch. Ja, viel Spaß. Ich meine, ey. Das war ein Husten. Mein Gott, geh mir nicht auf den Sack, Alter, du scheiß Pimmelkopp. Mit deinen scheiß Links-Posterei. Und da fucking Ass-Bastard. Fuck you. Ist ein leichter Alien-Abklatsch. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und leichter Bioshock-Abklatsch. Hallo? Bist du hier? Sei ruhig. Schau mich nicht an. Wen soll ich denn ansehen? Oh, nein. Sag, geh weg. Geh du weg. Geh weg, du stinkst. Alter, ich will hässlich. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hoffe, die kann keine Türen öffnen. Hier ist eine Brille. Ne, eine Flasche. Kalfrey, wie du bist verletzt. Alter. Alter. Alter, das ist so eine Fratze, die hatte. Es ist weg. Es ist sicher. Da bist du dir ganz sicher. Ich gucke nochmal eben in die Spinde rein, ob wir da was Nützliches finden. Aha, wieder der Overroll. Pillen. Na, können wir nicht gebrauchen. Weg damit. Oh, da steht was. Warte mal. Was haben wir denn da? Chris, ich bin die ganze Nacht aufgeblieben. Warum noch schlafen? Der Fernseher läuft im Hintergrund. Die Nachrichtensprecher sind wegen dem Kometen so aufgeregt zu Gange. Als würden sie den Countdown für Silvester einleiten. Ich weiß, dass es ganz schön daneben ist, dich jetzt gerne bei mir zu haben. Wahrscheinlich habt ihr Kerle weit unter den Wellen am ehesten eine Chance, das hier zu überleben. Ich hoffe, dass es für dich weitergeht, sofern es noch ein lebenswertes Leben ist. Sieht so aus, als wäre ich kacke. Was? Als wäre ich kacke? Als wäre die Kacke jetzt richtig am Dampfen. Ich drücke mal besser auf Senden, bevor uns die Schockwelle erreicht. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Papa. Ah, ja. Lass uns das Mistvieh nicht anschauen. Ja, funktioniert aber nicht immer. Hallo Schnoggi, ein wunderschöner Name und willkommen zur Let's Play Live Show. Catherine? Catherine? Das Vieh war hier, ne? Catherine? Nein. Verdammt. Also sind wir noch ein Mensch anscheinlich. Ich will nicht mehr tun, ich will nicht mehr tun, ich will nicht mehr tun, ich will raus. Bevor du etwas hast, kannst du mir helfen? Was? Ich war zu finden, was mit meinem Projekt passiert, wenn der Brüte mich auf den Boden gerät. Dein Projekt? Wie kann alles möglich sein, wenn du bist ein dummer Roboter in einem dummer Leben? Okay, fokus. Ich brauche dich, um mich zu verabschiedern, damit ich zurückkehren muss. Ich komme sofort auf deine Frage zurück, Soul-Fan. Kleinen Moment bitte. Ja, Soul-Fan, erstmal willkommen zur Let's Play Live Show, jeden Freitag. Mein Gott, halt die Klappe, ich moderiere gerade. Willkommen zur Let's Play Live Show, jeden Freitag, jeden Samstag, ab 20 Uhr. Nicht gut, nicht jeden Freitag, jeden Samstag, aber so gut es geht, jeden Freitag, jeden Samstag. Und, ähm, ja. Okay. Okay, ich mache den Chip auf und schiebe. Okay. Probieren wir es einfach mal aus. 500 Folgen müssen das Ziel sein, okay. Okay. Oh, das fühlt sich weird. Ich bin in der Omnitool, danke. So, was ist das Projekt? Mein Projekt? Oh, ich habe alle Menschen auf der Station als brain-scans und sie in eine Artificial-Wöre. Wir werden es in die Welt launchen, um es von... ... all dieses... Sie sagen, dass du ein Computer-Wöre warst, mit Menschen in die Welt? Ja. Es war nur ein Projekt an zuerst, aber es wurde sehr ernst, nachdem die Komet auf die Erde kam. Dann wurde es sehr wichtig, und es wurde offensichtlich genannt, die Ark. Das ist richtig. Wie weit bist du? Ich weiß nicht. Das Version von mir, das ich bin. Es kam von einem Scan ich sehr früh gemacht habe. Die Living-Katherine könnte sehr gut das Projekt und launchen es. Ich glaube, sie könnte sogar noch sein Leben sein. Weird thought. Also, die Talking Robots, sind sie auch scans, wie du gemacht hast? Sie könnte sein, aber ich wundere es. Ich erwarte viel mehr Sinn, wenn das so ist. Ah, gut. Wir sind. Was ist passiert? Ich versuche ein paar Daten aus dem Backup-Server. Das muss uns alles sagen, was wir brauchen. Oh. Kannst du mir ein favorit, und in die andere room, und schauen uns? Ich sehe nicht, dass ich die Daten in dieser Lage bin. Ich muss wissen, dass die Ark ist sicher. Danke. Sure, Kath. Danke. Ich werde die Tür für Sie unlocken.